O vouaahooohohoh. It's Not A Neuisuerl Tom Jones auf francebluelsaus.fr Du wie ihr und mir Tim Zinn und du wollenISS METNANDER alles erwähnen wasUF Internet leuch isch mit dem Teleironne tiene von Gritz mit dem Albert Ridinger Marie Werte O mit dem Rette mit dem Pierre gibt es's Pierre? Ganz gut Ganz gut Immer Schönes Wliehen gibt es's? Immer Wunderbar Du kommst zu viel Schokoladenきessen? Nein, gar demoennetz Gar nitte Es ist falsch, falsch, wir dürfen ja auch kein Schau gehen lassen. Ich kenne gar nicht das Wort. Ah, ah, ah. Aber wir verstehen nicht auf Internet, da geben wir auch gleich drauf. Und Pierre, ihr habt hier eine Seite gefunden, das heisst matnt.tdf.fr. Ja, ganz genau. Momentan gibt es grosse Freudezeichen, wenn wir vom Casperlefunk geredet haben, mit der TNT, die haben ja gesagt, wissen wir, wir Elsässer, wir wissen gar nicht, wie wir dran sind. Was wäre uns da die neue Frequenzen bringen, wie wechseln? Wie wären wir da die TG-Sender empfangen können? Eben, da haben wir schon eine Antwort mit dem site vom de matnt, alles in einem Wort, .tdf.fr. Ja, warum wechseln denn die Frequenzen, du? Ja, da haben wir viel zu viel Verkehr, mit den Hosenpiebser, mit den Telefonen, mit der Tele, mit der Radio, jedes Apparat funkt auf die neue Strahle, sonst verwechseln so viele Sachen. Und wir wollen ja nicht, wir wollen mehr Teleloge, das Gespräch vom Nachbachorischen, das geht ja nicht, gell. Und da wären manche Frequenzen länger für die Mobiltelefone aufgemacht, denn wir brauchen sie immer mehr, gell, und wird die Tele geschlossen. Das heisst, dass das ganze TNT-Programm von diesen Frequenzen umgeschmissen wird. Ab morgen wird alles umgeschmissen. Das heisst, Steierungen gibt es keine für die französischen Sender, normalerweise, aber DICI hat schon seit Jahren die Norm, wie wir morgen bekommen wären, noch müssen wir vielleicht bei uns zu Hause, das ist gar nicht obligatorisch, vielleicht noch einmal die DICI-Sender auf ihrem Tele suchen. Das ist alles, gerade noch einmal Rechercheautomatik machen. Es steht alles auf dem Seite, matnt.tdf.fr. Und was schunst findet man noch auf dem Seite? Da können wir euch ein bisschen amüsieren, gerne mal ihre Adressen hier lokalisieren, und danach kennen wir dann, wo die Sender sind, die grosse Art haben, wie näher ihre TNT bei uns zu Hause empfangen können. Ich habe gelöst, ich bin 100 Meter entfernt, ich habe die TNT wunderbar hier für den Empfang. Geht oder nicht zu finden? Ich will noch die Qualität des Empfangs und welche Sender ihr empfangen können, da habe ich das ganze Programm, ihr bräuchte keine Angst, wo keine schwarzen Bildschirme hier sind, der Seite vom tdf-Konseil bestätigen. Das ist auch der Adress matnt.tdf.fr. Und da braucht man kein Sorge, bei Franz Beuelsers braucht man kein Recherchement, da geht alles von allein, franzbeuelsers.fr-Tipp. Und da finden wir auch die ganze Seite im Internet, wie viel Rechte Pierre sucht, wenn er von der letzte Woche wollte eine E-Mail oder die Pharmacie du Garde. Das kann man auch noch sagen. Das ist auch praktisch. Und wir finden praktische Sorge für unsere Zuhörer, da ist alles in Paletti. oder franzbeuelsers.fr. Franz Bleuelsers. Franz Bleuelsers. Franz Bleu. Franz Bleuelsers.